Was die Kinetik so kompliziert macht, ist, dass die wenigsten Reaktionen einfach von den Edukten zu den Produkten reagieren. Oftmals existiert ein ganzes Netzwerk von Elementarreaktionen, die ineinander greifen. Wie beeinflusst dieser Mechanismus die Reaktionsgeschwindigkeit? Hallo und willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Reaktionsmechanismen. Wie beeinflusst der Mechanismus die Geschwindigkeit einer Reaktion? Wir werden diese Frage beantworten für die drei einfachsten Mechanismen, die es gibt. Gleichgewichtsreaktion, Folgereaktion und Parallelreaktion. Bisher haben wir nur einfache Reaktionen diskutiert, bei denen die Edukte in eine Richtung zu den Produkten reagierten. Etwa Ethylamin zu Ethylen und Ammoniak. Diese einfache Reaktion folgt einem Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung. Die Geschwindigkeit ist proportional der Ethylamin-Konzentration. Entsprechend ist das integrierte Geschwindigkeitsgesetz eine E-Funktion. Die Geschwindigkeitskonstante K hängt von der Temperatur ab. Wenn man die Arrhenius-Parameter, Aktivierungsenergie und Frequenzfaktor kennt, kann man K für beliebige Temperaturen ermitteln. In vielen Fällen reagiert ein Edukt aber nicht in einem Schritt zu dem Produkt. Für die Spaltung von Acid-Adehyd wurde beispielsweise eine Reaktionsordnung von 1,5 experimentell festgestellt. Diese Reaktion läuft nicht in einem Schritt ab, sondern beinhaltet drei Elementarreaktionen. Diese drei Elementarreaktionen symbolisieren den sogenannten Mechanismus der Reaktion. Jede Elementarreaktion hat eine einfache Kinetik, so wie wir vorhin beschrieben, aber das Ineinandergreifen der Reaktionen macht die Gesamtkinetik etwas komplizierter. Für die Elementarreaktionen können wir die Reaktionsordnung sogar voraussagen. Es gilt hier, dass unimolekulare Reaktionen nach erster Ordnung und bimolekulare Reaktionen nach zweiter Ordnung reagieren. Die Begriffe unimolekular und bimolekular beschreiben, aus wie vielen Edukt-Molekülen der Übergangszustand besteht. Wenn wir nur zwei Elementarreaktionen haben, können wir daraus drei Mechanismen konstruieren, die wir im Nachfolgenden ausführlicher diskutieren wollen. Es sind dies die Gleichgewichtsreaktion, die Folgereaktion und die Parallelreaktion. Ein Beispiel für eine Gleichgewichtsreaktion ist die Umwandlung von Alpha-D-Glucose in Beta-D-Glucose, die sogenannte Mutarrotation. Wir haben eine Hinreaktion von Alpha nach Beta mit einem Geschwindigkeitsgesetz, hier grün gezeichnet, und eine Rückreaktion von Beta nach Alpha mit einem anderen Geschwindigkeitsgesetz, hier in rot gezeichnet. Im Modell sieht eine Gleichgewichtsreaktion so aus, dass wir nicht nur von der Edukt-Badewanne mit einem Behälter 1 Wasser in die Produkt-Badewanne transportieren, sondern auch umgekehrt mit einem anderen Behälter Wasser aus der Produkt-Badewanne zurück in die Edukt-Badewanne leiten. Zur vollständigen Beschreibung der Kinetik der Gleichgewichtsreaktion A zu B müssen wir die Elementarreaktion bilanzieren. Wir haben die Rückreaktion, hier rot gezeichnet, als Quelle für das Edukt A und die Hinreaktion, hier grün gezeichnet, als Senke für das Edukt A. Die Änderung der Konzentration von A ergibt sich also als K-Rück mal B minus K-Hin mal A. Dies ist das Geschwindigkeitsgesetz einer Gleichgewichtsreaktion, welches wir integrieren können und daraus die Konzentrationszeitkurven erhalten. Die Konzentration von A nimmt exponentiell ab, aber nicht auf 0, sondern auf einen Gleichgewichtswert AEQ. Genauso nimmt die Konzentration von B von 0 beginnend zu, auf einen Gleichgewichtswert BEQ. Im Reaktionsprofil müssen wir nun eine Aktivierungsenergie sowohl der Hinreaktion als auch der Rückreaktion berücksichtigen. Die Differenz dieser Aktivierungsenergien ist übrigens die Reaktionsenthalpie, eine thermodynamische Größe. Im dynamischen Gleichgewicht ist die Geschwindigkeit der Hinreaktion genauso groß wie die Geschwindigkeit der Rückreaktion. Wenn wir die Geschwindigkeitsgesetze entsprechend formulieren, erhalten wir das Massenwirkungsgesetz. Gleichgewichtskonstante ist gleich Geschwindigkeitskonstante hin durch Geschwindigkeitskonstante rück. In der radioaktiven Zerfallsreihe von Uran zerfällt das Radium in Radon und dieses zerfällt weiter in Polonium. Das ist ein Beispiel für eine Folgereaktion. Radon ist das Zwischenprodukt, welches sich in der grünen Reaktion bildet und in der roten Reaktion zerfällt. Allgemeiner formuliert AG zu B, G zu C. Die grüne Reaktion ist die Quelle für das Zwischenprodukt B und die rote Reaktion ist die Senke für das Zwischenprodukt B. Im Modell haben wir jetzt drei Behälter ABC. Wir transportieren mit einem Gefäß 1 Wasser von A nach B und mit einem anderen Gefäß 2 Wasser von B nach C. Die jeweilige Größe des Transportgefäßes entspricht den Geschwindigkeitskonstanten. Für die Gesamtkinetik müssen wir die Bildungsreaktion des Zwischenproduktes, hier grün gezeichnet, und die Zerfallsreaktion des Zwischenproduktes, hier rot gezeichnet, entsprechend bilanzieren. Wir erhalten dann dieses Geschwindigkeitsgesetz. Dieses können wir integrieren und erhalten die Konzentrationszeitkurven. Interessant ist hier vor allem die Konzentrationszeitkurve des Zwischenproduktes B, welches ein Maximum aufweist. Im Reaktionsprofil einer Folgereaktion haben wir zwei Maxima und ein Minimum. Die Maxima sind die Übergangszustände und das Minimum ist das Zwischenprodukt. Entsprechend existieren auch zwei Aktivierungsenergien. Sind die Geschwindigkeitskonstanten der roten und grünen Reaktionen stark unterschiedlich, so gilt bei Folgereaktionen, dass die langsamste Reaktion geschwindigkeitsbestimmend ist. Wenn die grüne Reaktion sehr viel langsamer ist als die rote, haben wir den Fall eines instabilen Zwischenproduktes. Hier gilt das bodensteinische Quasi-Stationaritätsprinzip. Das Zwischenprodukt hat eine sehr geringe Konzentration, die sich zeitlich nicht ändert. Butter-Dien kann Probenwasserstoff addieren, entweder zum 1,2 oder zum 1,4 Produkt. Das ist ein Beispiel für eine Parallelreaktion. Das Edukt A reagiert mit den grün gezeichneten Formeln zum Produkt B und mit den rot gezeichneten Formeln zum Produkt C. Im Modell haben wir eine Badewanne A, aus der wir mit zwei Behältern Flüssigkeit in Badewanne B und C fördern. Die Kinetik der Gesamtreaktion erhalten wir wie gehabt durch Bilanzierung der beiden Elementarreaktionen. In diesem Falle wirken sowohl die grüne als auch die rote Reaktion als Senke für das Edukt A. Im Geschwindigkeitsgesetz sehen wir deshalb zwei negative Terme. Durch Integration dieses Gesetzes erhalten wir die Konzentrationszeitkurven. Interessant ist, dass der Quotient aus den beiden Produkten B und C konstant ist. Man spricht vom wegscheiderschen Prinzip der konstanten Selektivität. Im Reaktionsprofil einer Parallelreaktion sehen wir das Edukt in der Mitte. Davon ausgehen zwei Reaktionskoordinaten nach rechts und links zu den Produkten. Sind bei einer Parallelreaktion die Aktivierungsenergien und damit die Geschwindigkeitskonstanten deutlich unterschiedlich, so bestimmt die schnellste Teilreaktion die Kinetik des Gesamtprozesses. Dies gilt aber nur dann, wenn die Reaktion kinetisch gesteuert ist, wenn wir einen Mangel an thermischer Energie und Zeit haben. In unserem Beispiel ist das 1,2-Additionsprodukt das kinetische Produkt. Es entsteht schneller und bei tiefer Temperatur und kurzer Reaktionszeit ist es das Hauptprodukt. Bei hohen Temperaturen und langen Reaktionszeiten sind unterschiedliche Aktivierungsenergien nicht mehr so relevant. Hier entscheidet die thermodynamische Stabilität über das Hauptprodukt. In unserem Beispiel ist das 1,4-Produkt das thermodynamische Produkt. Es besitzt eine niedrigere Energie, eine höhere thermodynamische Stabilität und entsteht bei hohen Temperaturen und langen Reaktionszeiten als Hauptprodukt. Man spricht hier von kinetischer und thermodynamischer Kontrolle. Die Merkregel lautet KKKK. Kalte Reaktionstemperatur, kurze Reaktionszeit, Katalysator führt zu kinetischer Kontrolle. Fassen wir zusammen. Bei Gleichgewichtsreaktionen sind im Gleichgewicht die Geschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktionen gleich schnell. Daraus können wir das Massenwirkungsgesetz ableiten. Außerdem sehen wir aus dem Reaktionsprofil, dass eine Beziehung zwischen den Aktivierungsenergien und der Reaktionsenthalpie besteht. Bei Folgereaktionen mit instabilen Zwischenprodukt gilt das Quasi-Stationaritätsprinzip. Die Konzentration dieses Zwischenproduktes ist ungefähr null und zeitlich konstant. Bei Parallelreaktionen wird vor allem der Reaktionszwech eingeschlagen, der mit der niedrigeren Aktivierungsenergie korreliert, sofern die Reaktion kinetisch kontrolliert ist. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.